Wunderschönen guten Morgen. 5.41 Uhr, ist jetzt Abfahrt hier in Hannover. Wir fahren heute erstmal Richtung tschechische Grenze und wir nehmen euch mit. Wir haben den Golf schon auf dem Trailer, der, ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt, aber der Bus läuft wieder. Wer ist wieder heile? Wieso, weshalb, warum? Da gibt es auch noch ein Video. Ich habe Sommernick dabei. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist halt absolut nicht so unsere Zeit, ne? Wir fangen hier im Büro eigentlich immer erst so um 9 Uhr an. Naja, abfahrt. So, wir sind angekommen. Ich bin die Marlene von Fox. Ich denke mal, dass mich einige schon kennen. Ich bin so diejenige, die immer alle rumführt. Ich bin auf den Messen und ich zeige gerne mein Gesicht, weil ich erzähle euch halt generell einfach gerne was über Ausfuhranlagen. Deswegen sind wir auch heute hier und zeigen wir mal, wie das Ganze hier so funktioniert. Jetzt kommt das Fahrzeug hinter mir erstmal auf den Bühler. So, die Teile sind schon bereit. Rein von der Optik her gefällt dir das, dass es glänzt, das Blech? Oder wollen wir das schön matt machen? Das sieht nämlich auch ziemlich cool aus. Das machen wir oft so für den asiatischen Markt, weil die selber sagen, das sieht aus wie China. Die wollen das gerne in matt haben. Sag du mal, du hast ja mal einen guten Geschmack, was das angeht. Ich finde, matt passt halt auch zu einem klassischen Auto, ne? Das finde ich jetzt auch mal so. Das haben wir jetzt noch nie gemacht. Weil das so ein bisschen auch Patina widerspiegelt, so Zwecksar-Zulassung und allem. Finde ich, wirkt matt immer noch mal ein bisschen mehr retro als glänzend. Ich gehe einfach mit euch jetzt mal rüber in die Produktion und zeige euch den Unterschied. Gerne. Ja, perfekt. Machen wir das so. Machen wir das so. Ich hoffe, dass ihr uns verstehen könnt. Wir können jetzt natürlich die Produktion hier nicht anhalten. Das haben wir jetzt schon im Zustand. Quasi das glänzende Blech. Und dann könnten wir das halt so schön matt machen. Boah, das sieht gut aus. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, für was ihr euch entscheiden würdet. Ich habe mich jetzt entschieden. Ich möchte auf jeden Fall das Mathe haben. Weil das sieht schon, ich finde, das sieht hochwertig aus. Definitiv. Richtig cool. Ja, kommt da gleich an unseren fleißigsten Arbeiter vorbei. Unser großer Polierroboter. Der muss das langweiligste machen. Der muss den ganzen Tag diese Entropo polieren. Von guter Spätnacht. Ich hätte gerne so einen Roboter im Studio für die Kamera. Aber die sind leider schweineteuer. Es gibt Leute, die in den USA, habe ich das schon gesehen, die so welche Roboter aus irgendwelchen Werken dann nehmen und umprogrammieren. Aber da bin ich halt leider raus. Der schläft. So welche Dinger kenne ich aus dem China-Restaurant? Tja, wir stellen hier die Entwocher rein, wenn sie fertig sind. Und dann fährt es uns die kleine Katze vor nach vorne in die Abteilung. Und dort werden die Entwocher verschweißt. Weißt du, wo ich gerade das Bedürfnis stand? auf TikTok live zu gehen. Weil dann könnt ihr mit mir interagieren, dann könnte man sagen, was die Leute sehen wollen und sowas. So machen wir das jetzt so, wie wir es gerade auch erleben, quasi weil die Kamera mitläuft. So ist das. Ja geil. Das ist nur so. Mega. Außer bei dem, wo du halt die große Stuhlstange hast, da kannst du halt ein S-Rohr machen, das sieht halt gut aus. Da kannst du nicht so steil nach oben gehen, weil dann die Stuhlstange ja bei dir übrigens sitzt. Aber hier bei dem würde ich das immer. Ja, definitiv. Das ist halt die typische Supersprinte. Ja, finde ich super. Ich habe gerade herausgefunden, was hier nicht richtig ist. Guck mal. Dieses Ding hier gehört eigentlich da in die Schiene. Deswegen habe ich so Probleme mit der Schaltung. Aber das Fahrwerk, was hier drin ist, ich weiß gar nicht welche Marke, das ist tatsächlich nicht gut und ist extrem hart. Und da, wo ich wohne, da machen die gerade überall Glasfaser und machen das aber nicht so, wie sich das gehört, sondern legen Gehwegplatten da rein, weil sie das wahrscheinlich nochmal wieder aufmachen müssen. Und du fährst wirklich so, die eine, ne, die Straße. So, und dann kann das schon mal aushaken. Hier haben wir gerade auch noch festgestellt, müssen wir, wie nennt man das? Ein bisschen eindrücken. Ein bisschen eindrücken, damit das halt hier dann nicht klappt. Weil es halt ein größerer Rohdurchmesser ist. Ja. Deswegen wird es da bisschen enger zum Stabby. Mhm. Gut. So, Anlage ist verbaut. Noch nicht zu 100 Prozent. Wir gucken jetzt gleich nochmal ein bisschen nach der Ausrichtung hier, von dem Rohr zum Beispiel. Und was krass ist, nicht geschweißt, ne? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich mag sowas, ja. Guck mal, wie das alles hier so, sie ist ja schon dem Alter entsprechend pekig. Und der Bodenschutz, der nicht mehr ganz cool ist und so. Und dann guckt da so ein glänzendes Rohr. Wie gefällt dir das denn jetzt? Mega. Tatsächlich finde ich's gut. Ich guck mir das gleich nochmal von der Positionierung an, wenn er ein bisschen unten ist. Weil von so guckt man ja selten aufs Auto. Ich mag dieses Auto so. Es ist so entschleunigend einfach. Mit seinen 90 PS. Das macht wirklich so Spaß. Was? Geil. Die sind falsch, oder? Ja. Das macht so raus. Ja, aber ist geil. Noch sind wir auf Privatstraßen, deswegen bin ich nicht angestellt. Ich habe da so ein paar Bühne im Auto. Mit dir zieht er auf jeden Fall ein bisschen anders. Hier sind zwei Adreten im Auto. Hier haben wir auf jeden Fall eine coole Abteilung. Die wird immer ganz viel zerspannt, quasi gefräst, gedreht, geschnippelt. Ich finde sowas so interessant, diese Maschinen. Ich war, wo ich noch mit Philipp gedreht habe, waren wir zum Beispiel bei NG Motorsport. Die machen so Zylinderkopfbearbeitung und sowas. Die haben auch so einen krassen Maschinenfuhrpark. Finde ich so interessant, einfach. Ich sitze den ganzen Tag im Büro oder bin halt unterwegs beim Kunden und drehe oder was. Ich sehe sowas ja gar nicht. Guck, wenn du jetzt mal hier so reinguckst. Das ist eine Form für? Das wird eine, also eine für Endrohre, wenn das so zwei Schalen hilft, die dann quasi zusammengescheißt werden und für Endrohre sind. Quasi ein Formteil für das Werkzeug für Endrohre-Schalen. Krass. Wir haben jetzt einen ziemlich coolen Roboter, der tut die ganze Zeit sich zwei Schalen nehmen, zusammenfügen und verschweißen. Den gucken wir uns jetzt auch gleich noch an. Ich hoffe, er läuft. Na, wir haben auch hier so typisch Honda, Toyota, die haben halt viel diese Flanschen verbaut. Na, das gibt es natürlich auch in, oh Gott, in riesig. Aber ist das dann für einen Trecker oder? Das sind Panzerteile. Panzerteile? Ja, wir bauen von klein bis groß. Krass. Wir programmieren jetzt hier den Flansch. Ach, das große Teil, was ich gerade gemacht habe. So werden, dass halt alles mit Eimer gemacht werden kann. Das heißt, hier anfangen mit drehen und auf der Gegenspinsel fertig drehen. Okay. Mit hohem Fleisch. Also Gewinde reinschneiden? Ja, genau. Alles mit Eimer, dass man nichts mehr anfassen muss. Und dafür programmiert ihr das hier dann direkt vor Ort? Ja. Wie lange nimmt das Zeit in Anspruch? Na, jetzt ist die Maschine halt ziemlich neu. Mit dem Versuch, da bist du halt schon mal zwei, drei Stunden drüber da. Wenn du Zeit noch nie gemacht hast, musst du ja dich erst mal reinfinfen. Ja, klar. Und dann hoffen wir auch, dass das funktioniert dann alles. Habt ihr schon einen Fertigteil, wie es mal aussehen soll? Ja, der soll auch gemacht werden. So ähnlich sollte man aussehen können. Also quasi, das ist das Rohteil? Also das ist eine andere, das wäre jetzt für den Tuberlader und das ist noch ein normaler Stoffflansch. Aber so die ähnlichen Arbeitsgänge sind die gleich nicht. Krass. Wie hat man sowas früher ohne solche Maschinen gemacht? Ja, gut. Weil das geht jetzt halt auf. Weil es hin- und herdrehen und wir neu anpassen, ausrichten. Das wird so eine Flansch für bestimmt drei, vier Stunden gebraucht. Na gut, aber da war der Mindestlohn auch noch. Mindestlohn und Materialpreis auch noch im Keller wahrscheinlich. Jetzt ist die Maschine noch da komponenten. Ja, stimmt. Eine Maschine braucht vielleicht noch drei, vier Stunden für eine Flansch. Wenn überhaupt, vielleicht sogar eine Haltung. Nicht schlecht, danke. Dann probieren. Ist das hier ein großer Drucker oder? Ähm. Ne, da gehen Teile durch, ne? Das ist die Zugführung. Elias, Elias, erklär doch mal das Teil. Ich will nichts weiteres sagen. Das ist ein Stangenlager. Also da kann man drei Meter Rohr reintun, verschiedene Durchmesser. Und dann kann man sich der Maschine nicht sagen, wenn die Teile falsch hast, soll die das immer nach und nach holen. Ah. Ah, okay, cool. Also du kannst die Kanne an Feuer, ich glaube, die schiebt selber nach, die sticht selber ab, die Teile selber rauswerfen. Aber durch das Abstechen ist wie, stelle ich mir das vor, wie so ein Messer, was da durch wäre. Das muss ja so scharf sein, dass das nicht krumm wird, dass das da nicht verbiegt. Das ist dann ja hier gespalt. Ja. Und du lässt es dann einfach nachschieben und spannst es wieder ganz da am Vorder. Dann du es einfach mit dem Abstechschwert, also wir diesen, den Schwert abstechen. Dann fällt es einfach unten in die Maschine rein. Ah, krass. Bis zu drei Meter kannst du machen und bis Durchmesser 50, glaube ich. Ja. Also Vollmaterial, Durchmesser 50. Krass. Genau. Das haben wir uns extra gekauft, weil wir manchmal die Audi halber damit zuschneiden. Ja. Und das ist dann einfach nur ein Zwölferrohr. Das soll jetzt dann... Du musst immer vorne und hinten eine kleine Fause ran. Mhm. Durch das Drücken, dass das nicht wegdrückt. Und der soll das dann einfach nachschieben, Fause ran, nachschieben, abstechen mit Fause und gleich fertig. Da schraubt man sich dann halt zwei Arbeitsgänge, weil sonst muss das immer zuschneiden, dann entbraten. Ja. Das geht halt nicht schneller so. Krass. Das wurde auch gar dahinter. Das ist ein geiler Arbeitsplatz, ne? Elias ist wirklich jetzt auch Golffahrer. Ja? Ja. Er hat einen 7er Golf vom GTD umgebaut zum... Ah, du bist das mit dem. Renni, ne? Ja. Ja. Sehr geil. Und ich habe einen Golffahrer. Ja. Geil. Hier ist gerade schon Feierabend. Unser... Quasi die Bleche werden auch gegen hier geschnitten. Ja, wir werden schieben. Krass. Aber der wird nächstes Jahr ersetzt. Wenn wir neue Halle gebaut haben, kommt unser riesengroßer Flachlaser. Der hat dann auch ein eigenes Blechregal. Das heißt, wir steuern den einfach nur vom Büro aus. Kriegt er die Aufträge und dann wirft er einfach nur die fertigen Teile. Alles mit Robotern, mit Greifarmen und so weiter. Also ich bin wirklich beeindruckt, dass dieser... Weil man muss ja auch sagen, dass das ja auch eine riesen Investition ist. Du kriegst diese Maschinen ja nicht einfach mal so. Ja. Sondern die kosten halt richtig Kohle, ne? Hier werden quasi... Ach guck mal, Golf 7. Das ist der Eingangsbogen für unseren Golf 7 Schalldämpfer. Ja. Quasi der kommt dann hinten so in den, ne? Der Endschalldämpfer, der quer liegt und dann gehen wir hier zum Mittelschalldämpfer. Ja, dann müssen wir mal, keine Ahnung, stopfen. Fünftelstück kriegen wir hier gerade für die nächste Serie, die bald fertig wird. Aber leider gerade nicht lieber war. Aber nächste Woche sieht es schon gut aus. Was? Genau. Wenn er dann fertig ist, muss das halt immer hier reinpassen, ne? Das ist halt immer die... Zur Überprüfung haben wir diese ganzen Schweißwehren. Ach so, und der Mitarbeiter, der prüft jedes Teil, was da rauskommt und guckt, ob das passt? Ich glaube, in so einem Fall jedes fünfte Teil. Ah, okay. So sticht problematisch halt. Ja. Genau. Was ich gerne auspufftechnisch, nur ist das halt leider nicht TÜV-konform. Wir haben für den 7er zum Beispiel, die Rennautos, die haben ja den, wie sagt man das so, Cut, hinten, also ganz hinten im Endrohr. So was von der Optik her hätte ich eigentlich ganz gerne, aber Christa leider nicht zugelassen. Echt? Zumindest wurde mir das so... Sollen wir uns mal informieren? Ja. Kann ich jetzt auch nicht, kann ich gerade keine Antwort geben, aber wir können ja mal mit unserem TÜV drüber sprechen, was er dazu sagt. Ja. Da muss ich, dass das Problem ist, wie soll ich das erklären, ohne dass sich das doof anhört. An dem 7er habe ich alle Teile, alles das, was HG hat, habe ich verbaut. Und deswegen, das wäre uncool, wenn ich auspufftechnisch zum Beispiel da jetzt noch jemand anderes fummeln lassen würde. Weißt du? Ja. Unfair. Da würde ich mich nicht wohl bei fühlen. Nein, alles richtig, alles gut so. Aber ich wollte es nur mal sagen, dass ich sowas zum Beispiel tatsächlich... Aber du findest die Optik cool. Mega, mega cool. Aber mit den Leuten, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die haben gesagt... Muss es dann ein Cut sein oder reicht es, wenn es nur noch aussieht wie ein Cut? Nö, das kann auch so aussieht, das muss keine Funktion haben. Du kannst mir irgendwie mal ein Bild schicken, wie das aussieht. Man kann das ja an einem anderen Auto mal machen. Muss ja nicht der 7er sein. Ja. Okay. Das wäre wirklich, weil das ist das einzige Optische, was dem Wagen meiner Meinung nach noch so ein bisschen fehlt. Weil wenn du hinten einen 100 Zeller Cut dran machst, dann tut das ja auch dem Fahrzeug nichts. Da geht ja trotzdem noch genug durch, aber du hast halt die Cut-Optik. Und dann, je nachdem... Ja, du weißt aber, was ich meine, oder? Ich hoffe ja. Wie so ein Netz, was direkt im Endrohr sitzt. Also was direkt quasi damit abschließt. Ja. Das ist... Gut, vielleicht, wenn es keine Funktion hat... Wie dick? Wollen wir alles versorgen? Wie dick ungefähr? Soll das schon so groß sein wie ein Cut? Oder ein bisschen kleiner? Ne, so groß wie das Endrohr. Wie das Endrohr? Wie groß? Wir haben Endrohr, die sind bis 125 groß. Achso, ich habe im Golf 114, glaube ich. Hm? Okay. Ich glaube, 114. Weiß ich aber nicht. Genau. Müsste ich nochmal ein Video nachgucken. Ich hole mir was, dann kann ich dir zeigen, ob das das ist, was du meinst. Ich bin gleich wieder da. Ja, okay. Perfekt. Sie ist wirklich so lieb einfach, oder? So eine Liebe. Ja. Es gibt bei Benni Leuchter, da habe ich das gesehen, der Volkswagen Testfahrer quasi. Bei dem habe ich das gesehen, bei seinem Golf 7. Und ich fand, das hat so schön ausgesehen. Tatsächlich. Aber mir haben alle gesagt, da kriege ich keinen TÜV mit. Wenn ihr eine Möglichkeit habt, wie man so etwas TÜV-mäßig vielleicht doch irgendwie hinbekommen könnte, dass es wirklich legal ist, ich kenne einen TÜV, der trägt dir das ein, sondern das muss bei jedem anderen TÜV auch standhalten. Ähm, dann sagt da gerne mal Bescheid. Weil es kommt ja nicht ganz gut. Es kann sein, wir müssen noch ... Für mich. Aber der letzte, der eine Satz war gut. Das kommt oft, ne? Der Satz. Dann krieg ich alles eingetragen. Ja, genau. Aber das ist halt das Problem. Ja. Dann klärt man den Kunden auf und dann kriegt man so, ich krieg das eingetragen. Ja. Ja, der drin ist eingetragen, wo kommt, aber in der nächsten Kontrolle wird es angezweifelt und dann kommt ihr das nachher zu sagen und fällt halt nicht. Das kann ich halt, das geht nicht. Und man hat ja auch, egal wie groß die Reichweite ist, aber meiner Meinung nach, wenn du im Internet was machst, hast du ja auch eine gewisse Verantwortlichkeit. Ja. 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 Was ist denn? Mit dem Endrohr, das hier so reinklemmen ist ja jetzt hier ein neuer Trend, ne? So, wenn du, wenn du Handwerker bist, dass du dann halt so durch die Gegend läufst und mit Leuten interviewst oder das Ding auf den Pinsel tust oder was auch immer. Das darfst du nur nicht versehentlich anmachen. Nee, das wär doof, ne? Oh, krass. Dann müsste ich auf jeden Fall auf Automatik umsteigen. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir das hier heute begleiten durften. Gerne. Ihr seid eine richtig coole Firma. Danke. Hatte ich als, Dominik hat das ja alles eingetütet, als er darüber gesprochen hat. Also, ihr wart mir einen Begriff, ich wusste, was ihr macht, aber dass ihr so riesig seid, was ich wusste. Ich glaube, das wissen doch, ne? Das, das Bild von dem, äh, von dem Gelände, wie groß das hier ist, glaube, das weiß man. Für die Leute, also die Leute, die selber nicht hier waren, ne? Mega krass. Auch, äh, Maschinenpark und so, stehe ich voll drauf. Das sind halt so kleine Geheimtippe. Ja, mega. Richtig. Ähm. Und ich sage mal, so zu uns darf nicht jeder kommen. Na? Mhm. Da fühle ich mich geschmeidert. Jetzt schlafe ich gut. Ja. Ja, wir fahren jetzt noch weiter nach Tschechien rüber und machen noch ein bisschen weiter auf unserem Roadtrip. Hoffentlich nicht wieder durch Berg und Tal. Wobei doch, wahrscheinlich schon. Ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen, aber das, also 15 Prozent. Das war schon echt, äh ... Ja. Da waren wir kurz im Survival-Modus. Ja. Ich musste wirklich, ich musste zurückrollen, um Anschwung zu nehmen, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Ja, fuhr auf einmal. Nicht mehr, sondern wollte nur noch Rittplatz. So, äh, wir wollten eigentlich den Golf abladen. Äh, äh, Dominik hat eine richtig geile Stadt gefunden. Wo wir jetzt geguckt haben nach dem Spot, der im Internet zu sehen war. Aber leider sah das irgendwie so gar nicht so aus. Ähm, oder wir waren komplett falsch. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal wieder Richtung zurück. Würde ich sagen. Wo haben wir denn die Stadt gefunden? Bei Google. In welchem Land? Achso, wir sind in Tschechien. Wir sind rübergefahren nach Tschechien. Weil wir mal, äh, tatsächlich, ja eigentlich nur wegen der Stadt, ne? Ja. Weil ich da den Golf abladen wollte und da wollten wir einen richtig geilen Carporn drehen. So richtig alt, äh, was ist das so ein Weltkulturerbe? Wie heißt die Stadt? Carlsbad. Carlsbad. Es sah von den Straßen ja auch schön aus. Es sah schön aus, aber mit dem Trailer und so ist es halt schon echt schwer zu fahren. Ähm, und, äh, es sah auch nicht so schön aus. Ja. Cut, das darf keiner sehen. Äh, ja, wir machen, genau, wir sind schon spät, ne? Es ist 19.43 Uhr, ich bin 4.30 Uhr wach. Ja, du bist 4.30 Uhr wach. Ich bin seit 4.30 Uhr wach. Ähm, wir fahren jetzt erstmal Richtung Deutschland. Vielleicht fahren wir noch, äh, bei Leuten vorbei, genau, bei den besuchen. Ähm, ja. Ich sehe da gleich, ob's geklappt hat. Oder auch nicht. Äh, mittlerweile 1.04 Uhr, ähm, wir sind völlig fertig. Ich war kurz davor, so 10, 15 Minuten vor Ankunft zu sagen, wir müssen auf Raststätte. Ich muss mich eine halbe Stunde hinlegen. Ähm, wir wollten, eigentlich wollten wir, erst war der Plan da in Tschechien die Stadt zu besuchen. Die war halt, haben wir ja gesagt, nicht so cool. Dann wollten wir nach Dresden fahren. Sind wir so, du konntest entweder links, äh, entweder rechts oder links. Haben wir uns ausgesucht, okay, wir fahren schnell nach Dresden. War ja eine Stunde und 20 ungefähr Umweg gewesen, ne? Mhm. Äh, da ist aber Stadtfest, weil ich den Golf ganz gerne in Dresden in Stadt gestellt hätte. Ein bisschen Carporn und so. Ja, jetzt sind wir doch wieder zu Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War auf jeden Fall ein mega geiler Tag. Hat mir mega viel Spaß gemacht bei Fox. Ich hoffe dir auch. Mhm. Äh, ich hoffe euch auch. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.